Guten Tag! Bei dieser Gelegenheit tue ich mal etwas näher beleuchten, was wir in den ersten Jahren nach dem Krieg zu allen zugessen haben. Stalinwurst, Feldhamster und Rübensaft hatte ich ja schon an anderer Stelle näher erwähnt. Das tue ich mal außen vor lassen. Wie sagt, den Luxus jabs auf Marken, aber es brauchte noch etwas mehr, um über die Runden zu kommen. Tante Tilli und Tante Martha, die Tanten von meiner Mutter, waren aus Königsberg schon vor Kriegsende in Welsleben angekommen. Die beiden Rentnerinnen taten Wissen, wie man aus nichts was Essbares machen tut. Tante Martha tat mit nackten Händen junge Brennnessels abreißen und zu einer Art Spinat verarbeiten. Aus Sauerampfer wurde Suppe gekocht. Eine regelrechte Abneihung hatte ich lehend Mehlsuppe. Da tat es mich regelrecht ruhig, da Tante Martha kein Gebiss hatte, was in dieser Zeit Gang und Jebe war, taten die die Brotrinde abschneiden und daraus Brot zu bekochen. Die Einheimischen hatten in der Regel ein Stück Acker oder einen Jarten, wo man Kartoffeln anbauen tat. Das wussten die Flüchtlinge und haben da gerne oft auch unerlaubt Kartoffelscheins gesammelt. Wenn meine Enkel heute sagen, ich tue dies und ich tue das nicht essen, dann muss ich immer an diese schlimme Zeit zurückdenken. Hat noch wer eine Frage? Na dann. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut.